ja hallo live aus dem coworking space aus dem büro heute ist mittwoch heute sind wir mal mittags hier ich habe ja noch schon ein video veröffentlicht vom vorabend und jetzt sieht man auch wie viele leute hier sind hier sitzen zwei hier vorne am tisch die cecilia ist glaube ich eher richtung design da kommt dann der kollege hier drüben war glaube ich mobile entwickler und hier ist unser deutscher der hier auch eine laptop halterung dabei hat das ist natürlich sehr angenehm dann zum arbeiten der hat also richtig viel bei der kennt sie auch schon aus der war schon in einigen coworking spaces und ja also jetzt immer so acht leute da hinten sitzen mir noch die kollegen gegenüber die mit die mit mir nach teneriffe gekommen ist dann hatte ich es ja gestern schon gezeigt wir haben hier spinde wo man die elektronik platzieren kann und jetzt weil eben mittag ist und jetzt die ganzen leute entweder siesta machen oder mal kurz in den mittag gehen hier unten gibt es einen supermarkt da gibt es noch viele andere geschäfte es gibt auch ein eine gaststätte beziehungsweise ein kaffee und da kann man sich dann eben was holen und kann dann gemütlich raus sitzen das machen wir häufiger es gibt friseur es gibt also es gibt hier einiges an dingen damit ist so eine art kleine mall und ja das ist eigentlich ganz angenehm abends ist ein bisschen lauter weil da ist auch so ein kinderspielplatz und es kommen tatsächlich abends viele kinder und wir haben hier immer dieses fenster offen und man hört ja schon ist eh schon ein bisschen laut und wenn dann eben die kinder draußen spielen ja das ist ein bisschen störend aber jetzt nicht zu arg so jetzt laufe ich vielleicht gerade mal mit euch kurz raus damit ihr das seht wenn ich jetzt hier rechts schaue dann sehe ich hier die cafeteria bzw das café fu-café dann gehen wir mal ganz kurz nach draußen da treffen wir meine kollegin wir haben schon wieder was organisiert dass wir abend vom office fußball anschauen gehen deutschland england bierchen trinken der wetter ist nicht so prickelnd hier ist die küche und das war das was ich gemeint habe das sitzt gerade die kollegin mit unserem deutschen und ich glaube mir das ist silja aus argentinien die sind gerade mittagessen ja so viel dazu ich hoffe es hat euch gefallen wenn ihr rückfragen habt einfach in den youtube-channel reinschreiben tschüss